Hallo liebe Freunde der geraden Naht. Ich bin die Britta vom BlaBlaCafé und das ist der Schauplatz unserer interaktiven Live-Nähsendung UNE aus Dortmund. Schaut rein, wenn jeden Freitag von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr bei uns die Nähmaschinen heiß laufen. Entweder im Internet oder direkt bei uns im Café. Sei dabei als Nähanfänger, Fortgeschrittener oder Profi, wenn du vor der Kamera live mit mir nähen möchtest. Aber auch als Gast im Hintergrund bist du herzlich willkommen. Nur eins ist wichtig, sei interaktiv.